Bleib doch mal hier und rede, du Opfer! Na, wo bist du denn? Hinter dir, ey, bist du dumm! Oh my god, what the hell? Hallo, hast du mich? Lass mal diese Gefangen-Pose machen! Das ist was für mich dran! Was macht ihr denn? Sag, halt's mal! Komm mit mir, Arschloch! Komm mit mir! Ey, du Dreckstack, lass die Eile in die Ruhe! Lass ihn weg, ey! Da geh'n da! Schleif' mal ab und freuch' dich auseinander, nimm' was verstanden! Bra! Ja, bra! Bra! Schleif' mal! Fahr weg, ich bin echt tot, fahr! Fahr! Nein, ich bin tot! 20 Minuten! Rott mit den Huren-Söhnen! Die sind, glaube ich, die Stegen in diesem Jahr! Ja, die regen sich grad richtig auf, die sind grad richtig auf! Wirklich? Halt's Maul! Sind die grad aufgewacht, beide? Warum sind wir hier hinter Gitter, Alter? Sind die denn hier reingekommen? Glaub ich ja weniger, die Herrschaften! Ähm, da aufgewacht! Wir waren grade da oben und haben uns grade mit einem TV unterhalten! Wer hat gefragt? Bitte einmal den Mann runter, sie sind maskiert! Der Mann, ich möchte nicht... Das ist mein Bruder! Ja, jetzt lassen wir uns mal bitte frei, weil wir wollen jetzt hier raus! Die Herrschaften in deiner Stemlein, lass ich losgehen! Mach mal die Tür auf da, die Scheiße, Mann! Was ist mit Recht? Du weißt dich jetzt erst mal einmal aus! Puh! Bleib stehen! Oder ich taser dich mit! Was denn jetzt für ein Kronischen-Taser? Ich verweiger's! Ach, weil ich mich verweigere, oder was? Natürlich! Nehmen sie einmal das und dann ist das aufgeklärt! Panic-Button! Ja, was ist das denn? Ich hab auch die Scheiße, Digga! Warum gibst du mir einen Panic-Button, Digga? Was soll ich denn mit der Köln? Was ist das mit der Schaltung? Was ist das hier, Digga? Warum gibst du mir einen Panic-Button, Digga? Du hast nichts dabei! Ich denke nicht, dass ich das machen muss! Ich denke, du bist in der Auswahl! Warum gibst du mir 15 Panic-Button? Oh, ich hab's mir in die Scheiße, Digga! Okay, reicht jetzt mit eurem Rumpf-Button hier! Okay! Du kannst mich am Arsch lecken, Digga! Ich kann mich am Arsch lecken! Es wird aufbappen! Ja, voll ein geiler Typ, Digga! Er sagt, pass auf, Digga! Was ist los mit dir? Ja, ist wieder ein letzter Tag hier! Okay! Ich hoffe, dass du alles aufgenommen hast! Ich hoffe das sogar für dich, damit jeder mal sieht, was für ein Troll du bist! Als Maul! Nice! Wir haben auch einfach irgendwelche Skins! Anna, was sehen denn da meine Augen? Ach, komm! Ist hier ein Gefangener oder ein Gefangener? Hä? Hallo da! Hier sitzt ja wirklich ein Gefangener! Der Mann, hallo? Der Mann, hallo? Der Mann, hallo? Oh, voll geil, Mann! Voll geil! Voll geiles AP, Mann! Voll geil! Ein paar Sekunden! Oh, voll geil, Mann! Ich bin tot! Das ist ein Mann, Digga! Oh, voll geil! Oh, voll geil! Ah, hier ist der Pritter wieder, oder? Das Problem ist immer... Ah, ich bin gebrannt worden! What the hell! Guck jetzt mal, ob das ein Spieler ist, Digga! Ne, ist ein NPC, sieht man schon, oder? Hallo, der Mann! Hallo, der Mann! Warte schön! Und dann kann ich Ihnen helfen! Komme ich denn zu ner Bank? Zu ner Bank, also Sie können... Richtig! Ähm, also... Oh, das ist... Blöd! Warte mal kurz die Fresse! Ich möchte mich gerne als P-Dealer bewerben! Dazu gehen Sie am besten in unseren Verteiler... Ich muss vorher ne Bewerbung schreiben! Schriftliche Bewerbung ist... Ah, ne... Dann sind Sie damit jetzt, äh, ausgeschlossen worden! Halt's Maul! Ja, jetzt haben Sie... Ingebanden... Hegelberg nicht gelesen! Hab ich auch nicht! Hä, deswegen wurdest du per Mal gebanden! Ja, ich habe einen Server ohne Einreise, Mann! Ja, VDM Gaming, ne? VDM... 100 Autos gespawnt! Slay Support! Hinter dem! Hinter dem! Hinter dem! Hinter dem! Hallo, da! Ich bin nicht VDM! Voll der Dreckserver, Mann! Oh, Lepo! Ja, Lepo! Ja, Lepo! Oh, Geil! 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 Voll Geiles RP, Mann! Das ist das beste RP, was es hier gibt! Ich hab noch nie so geiles RP gesehen! Ich kann nicht mal atmen, die Band, ne? Wirklich! Eine Minute, 37 Sekunden! Ne, voll geiles RP, Mann! RP! Bro, Jungs! RP! RP! RP, Mann! Ich mach das steifen RP! Die Leute, die machen keinen steifen RP! Das hier sind richtige Hardcore-RP-Spieler! Ne, meins, meins! Oh, shit, Mann! Ähm, Five-Guard-Bahn! Das ist nicht erlaubt! Eine Vollmaskierung gilt! Eine Vollmaskierung! Darf man Polizisten aushauen? Ich hab Gameplay! Schleck mal doch meinen Arsch! Dann geht's in Schusskäufe! Ey, ich hab schon wieder einen Crash! Ey, ich hab schon wieder einen Crash! Ey, ich hab schon wieder einen Crash! Zwei Stunden! Zwei Stunden! Ich glaub, der hat mir die Wop-Hop genommen! Wer schießt denn da? Hallo? Warum wird denn auf mich geschossen? Hallo? Wer schießt denn da? Der ist einfach neun Jahre alt! Er ist einfach neun Jahre alt! Was machst du denn jetzt, wo du Penis? Ach so ist das also! Ahhhh! Oh! Was ist denn ab, Dicca? Warte, bist du so behindert, Dicca? Ahhhh! No! Was ist denn so ein geiles Behinderter aus dem Boden, oder was? Scheiß-RP ist aber, Mann! Die von Scheiß-RP ist aber überhaupt nicht neun. Ahhhh! Ich bin tot! Der Server ist so scheiße, Mann! Ey, voll der Scheiß-Arscherber, Mann! Kann ich jetzt das kaufen, oder was ist das für ne Scheiß hier? Ey, er ist noch 100 Autos gespawnt, der ist aber so scheiße! Ja, ey, geiler Server, Mann! Hier wieder ein Supporter, Dicca! Schweitertal! Hallo, der Mann? Der Mann, hallo? Ja? Wo kriegt man denn dieses schicke Auto her? Äh, hier gekauft. Halt dein Maul! Der Mann, können sie kein Auto fahren, oder was? Sie waren auf unsere Spur, der Mann. Ey! Jetzt nicht, jetzt nicht mehr. Oh Gott, das Auto ist fertig und so beschissen. Na, kostet ja nur 70 Euro. Ich hab heute ne Frage, brauchen Sie auch einen Arzt? Ich irgendwie... Sie brauchen auch einen Arzt. Die Momin ist auch ein Arzt, der Mann. Ich hoffe, der Arzt, der hilft ihm. Nochmal hinlegen hier, also ich glaub's ja wohl. Was denn los mit ihm? Ich glaube, es hackt her. Also ich glaub, es hackt. Oh. What the hell? Hallo, äh, wir wurden grad durch Eigensupport gebannt. Ist das normal auf eurem Server? Bisco, die kleine Huren-Söhne. Alter. Ey, wirklich geiler Server. Wenn ihr auf den Server Stadt der Engel spielen wollt, geht da drauf. Ihr werdet auch nicht im Support beleidigt. Voll der geile Server, Mann. Ist so, kann man nur empfehlen. Das ist der beste Server auf 5M. Hallo, Motherfuck. Können Sie uns durchschlaßen, bitte? Wir wollen gerne die Karre pimpen. Ja, okay, natürlich. Und Felgen bitte auch anders, bitte pimpen. Felgen und was noch? Alles. Wow! Sie haben das Auto nicht mal gepimpt. Das werde ich auch nicht bringen. Wow! So, deswegen muss ich erst mal bezahlen. Ja. Haben vorher nicht mal Ihren Drecksjob gemacht. Ich würd aufpassen, wie du... Machen Sie erst mal Ihre Drecksarbeit. Vorsicht, Ihre Rechnung nicht zahlen werde ich meine Drecksarbeit nicht machen. Doch! Sonder schöner Frau habe ich schon lange nicht gesehen. Ich finde, dass die Frau hässlich aussieht. Ich bin gerade erst eingereist. Ja, Befrag. Wer hat gerade zu diesen Mädchen da draußen gesagt, dass sie hässlich aussehen? Das ist doch kein Problem. Doch, weil das bei mir geht es nicht. Ich bin gerade erst eingereist. Ich bin gerade erst eingereist. Was ist jetzt mit euch? Du musst mir einen kräftigen Pond geben. Das ist doch kein kräftiger. Sind Sie Koch? Nein, ich bin kein Koch. Kocht die Frau da? Die Polizistin ist wahrscheinlich Köchin. Die schwingt doch gerne mal den Kochlöffel, oder? Der Herr wird einmal aussteigen. Dann können wir mal ein Lutschen. Ich fahr den hier nochmal um den Hund und so. Guck mal, die wissen ganz genau, wo ich bin. Guck mal, die wissen ganz genau, wo ich bin. Die wissen ganz genau, wo ich bin. Die wissen ganz genau, wo ich bin. Junge, ist das schlecht. Tu, wie schlecht. Ey, starkes AP. Ey, voll starkes AP. Ey, voll, voll starkes AP. Ey, voll, voll starkes AP. Ey, voll starkes AP. Ey, voll starkes AP. Erstmal mit Name-Tank spielen, ne? Ihr Scheiß-Admonds. Voll der Scheiß aber, Mann. Ich bin der Gustav Schlauch. Hallo? Hallo? Ja, wann geht's denn hier los, endlich mal? Jetzt, jetzt, verrückt dich mal. Ich hab nicht in der Nachzeit. Verrückt dich mal, ja? Du bist gerade das angekommen. Ja, und? Bisschen mehr Geduld, ja? Ein bisschen mehr zackig machen am besten. Ich möchte einreisen. Ey, red anständig, sonst kannst du einen Abenteuergarten geben. Halt's Maul! Du redest so nicht mit mir, hast du nicht verstanden? Huren, so ne Huren, so ne Huren, so ne Scheißaber, Scheißaber. Rollerkind. Ja, okay. Nice. Hallo, der Mann kann man sich vorstellen, Polizei. Seit wann ist denn ein Zwölfjähriger beim Pedi? Ja, wegen solchen Sprüchen. Halt dein Maul! Man muss ja Leute einfach so ärgern. Du bist genauso ein Zwölfjähriger. Jetzt gerade OEC, na das weiß ich nicht. Was ist denn OEC, der Mann? Du bist jetzt erstmal weg wegen OEC redender Mann. War ein bisschen OEC redender Mann. Ah, der ist erstmal weg. Direkt gebannt. Ey, voll geil Mann. Jetzt mal wirklich ohne Spaß, diese ganzen RP-Server, die verstehen alle keinen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.